Hallo Gartenliebhaber, heute stellen wir Ihnen den RLM 500W Mähroboter von Scheppach vor. Dieser smarte Helfer verspricht, Rasenflächen bis zu 500 Quadratmeter vollautomatisch und kabellos zu mähen. Wir haben ihn auf Herz und Nieren getestet. Der RLM 500W kommt mit einer tollen Ausstattung daher. Über Wi-Fi und Bluetooth lässt er sich kinderleicht per App steuern. Die Schnitthöhe ist stufenlos von 20 bis 60 mm einstellbar. Dank Floating Cut Function erhalten wir einen besonders gleichmäßigen Schnitt. Cleverer Features wie ein Regensensor, eine leise Flüsterlautstärke von nur 62 dB und die Multizonenfunktion runden das Paket ab. Im Lieferumfang sind außerdem 100 M Begrenzungskabel, 130 Haken und 9 Ersatzmesser enthalten. Die Inbetriebnahme gestaltet sich dank der guten Anleitung wirklich kinderleicht. Das Kabel lässt sich ganz einfach oberirdisch mit den Haken fixieren. Über die intuitiv bedienbare App wird dann der Mähroboter für den eigenen Garten eingerichtet. Inklusive Mähzeiten, No-Go-Areas oder Mähzonen. Auch eine Sprachsteuerung ist möglich. Und wie schlägt sich der RLM 500W im Praxistest? Dank der präzisen Kantenmähfunktion erhalten wir ein makelloses Rasenbild ohne Ecken und Kanten. Die 18cm Schnittbreite reicht locker für größere Flächen bis 500 QI aus. Sogar Steigungen bis 35% meistert der Mäher dank seiner robusten Räder mühelos. Bei Regen wird er automatisch in die Ladestation beordert. Mit seiner überzeugenden Leistung, den vielen smarten Features und der einfachen Bedienung hat uns der Scheppach Mähroboter RLM 500W wirklich überzeugt. Einziger kleiner Kritikpunkt ist das knappe Begrenzungskabel von 100M. Hier sollte man vorsichtshalber Ersatz bestellen. Alles in allem ist der RLM 500W für mittlere Gärten bis 500 QM eine klare Kaufempfehlung.